und herzlich willkommen zur ersten folge von max of flat 2020 heute fliegt und ja alles so mann ja wissen nichts mit so das passt jetzt mit checklisten ich habe natürlich auch diese knüppel von ordnung auf jeden fall diese flight system das haben viele auch soll ich meinen freund seinen kanal heißt wenn du gerne abonnieren du ich auch in die beschreibung den link zum kanal für die ja in der video beschreibung mache ich schon ein jetzt landing lights und landing lights muss man bis zu 10.000 fuß muss man das drin habe immer beim rollen am besten auch ich denke ich bin auch mal die jungers für 52 und das war dann auch ein flug der verkehr euren einkündigen oh ich kann das von hier alles aus was es müsste hier mit der kraft muss das glaube sein hinständig gibt es bergab weil die piste und bei der flughafen ja eben niedrig ist hier also nicht groß flugplatz er und weil das in bergen liegt geht ja hier runter dass die flugzeuge auftritt bekommt dann landung muss man unten aufkommen dort ungefähr schon war dann auch so ungefähr dort und kann man auch noch hier oben starten auf der piste piste vier ist das prinzipiell man sieht schon geiles erstens das war ja heute nicht so und muss man eben gas geben dass man dann hier hochkommt ob er noch sind voll weiß ich wir können nicht abheben 50 60 jetzt lebst rein war auch noch ki trimmung an ich finde flug auf schon geil also dort ist er durch die platz konnten hier und nicht kurz red Okay. Und das noch ein Flugplatz, da hinten, dort hinten, könnte ich auch mal sagen, fliegt mal wieder zurück, vielleicht mache ich auch noch einen Rundflug in New York, bin ich mal aber noch unsicher, aber ich finde, das ist nicht in französischen Alpen, nicht in deutschen Alpen, sondern in französischen, um genau zu sein, komplett in französischen Alpen, hier liegt der Flug. Anaband. Ja, das ist noch ein bisschen zu schnell, aber zu schlimm. Ja, Geschwindigkeit passt. Freifahrheit. Ja. 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 So. Wir sind da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war's. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gern dann nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video und ihr könnt auch gerne mal in die Kontakte schreiben. Ich meinst, nächstes Mal fliegen soll in welches Flugzeug. Okay. Ciao.